Bitcoin-Wahl akkumulieren Bitcoin im Wert von knappe 3,5 Milliarden US-Dollar. Die Deutsche Bank möchte ebenfalls mit in den Crypto-Space einsteigen und das Binance-Hauptquartier ist eine absolute Bruchbude. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video Crypto Aktuell. Hallo und herzlich willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir über viele verschiedenste Themen. Beschäftigen wir uns vor allem allerdings mit Fokus auf den Bitcoin und einige On-Chain-Daten. Daher reden wir gar nicht lange um den heißen Brei. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich um meine Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank für den Support Freunde, wir springen auf die erste Folie. Der Bitcoin sowie der restliche Kryptomarkt befindet sich weiter relativ stark in seiner Seitwärtsbewegung. Zumindest noch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme übergeordnet sahen wir ja in den letzten Wochen, dass die gesamte Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes relativ stark rückläufig war. Dennoch befinden wir uns laut Recapital immer noch über einem Unterstützungsband. Er betonte, die Gesamtmarktkapitalisierung von Krypto testete erneut erfolgreich den unteren Rand des grünen Unterstützungsbereichs. Zumindest noch zum aktuellen Zeitpunkt. Hierbei könnte es natürlich sein, dass der Abverkauf nochmal stärker zunimmt. Zumindest aus Sicht der Institutionellen scheint das Interesse am Kryptomarkt momentan nicht ganz so groß zu sein. Wir schauen uns wieder den wöchentlichen Bericht von CoinShares an, der wieder darauf hinweist, dass wir jetzt aktuell die neunte Woche in Folge Abflüsse aus dem Kryptosektor gesehen haben. Hierbei sahen wir vor allem, dass die kleineren Cryptoassets massiv abverkauft wurden. liegt unter anderem natürlich an den Klagen der SEC, in denen viele verschiedene Kryptowährungen bzw. Altcoins hierbei als Wertpapiere bezeichnet wurden. Gerade im Falle von Bitcoin sahen wir allerdings einen leichten Zufluss, zumindest zum Ende der letzten Woche. Das liegt unter anderem natürlich an den Gerüchten bzw. an der BlackRock Bitcoin ETF bzw. Trust Thematik, die etwas für Euphorie gesorgt hat und wahrscheinlich auch dafür gesorgt hat, dass sie institutionell zuversichtlicher sind, dass der Bitcoin auch weiterhin nachhaltig wachsen wird. Im selben Zusammenhang sahen wir auch, dass auf der einen Seite natürlich die Angst um Kryptowertpapiere und auf der anderen Seite rund um den Bitcoin-Spot-ETF dafür gesorgt haben, dass die Dominanz von Bitcoin weiterhin nach oben durchschießen konnte. Mittlerweile befindet sich die Bitcoin-Dominanz bei knapp über 50%. Wenn man also die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen zusammenfasst, sehen wir, dass Bitcoin über 50% des Marktanteils ausmacht. Insgesamt haben wir aktuell eine Market Cap von knapp 1,1 Billionen US-Dollar, ist also eine richtig fette Summe. Dabei können wir festhalten, dass gerade seit dem 27. November des vergangenen Jahres die Bitcoin-Dominanz um knapp 10,5% zugenommen hat. Das war ungefähr die Zeit unseres FTX-Debakels. Infolgedessen sahen wir eben, dass vor allem der Altcoin-Sektor hier eine größere Angst gesehen hat und Bitcoin aufgrund dessen profitieren konnte. Ebenfalls sahen wir natürlich auch seit unserem Boden bei rund 15.460 US-Dollar bis zum aktuellen Zeitpunkt eine wunderbare Rallye und der Crypto-Asset-Sektor konnte im selben Zeitraum eben nicht so stark performen. Während der gesamten Unsicherheit und auch vor allem Seitwärtsbewegung in den vergangenen Wochen können wir allerdings festhalten, dass die Wale fett akkumuliert haben. Bereits in der vergangenen Woche habe ich darüber berichtet, dass die Wale ihre Akkumulation erstmals eingestellt haben. Erst jüngst haben sie diese allerdings wieder aufgenommen. Tatsächlich haben die Bitcoin-Wale, die zwischen 1.000 und 10.000 Bitcoin halten, in den vergangenen elf Wochen über 131.000 Bitcoin aufgesammelt bzw. gekauft. Dementsprechend ist der Trend in den vergangenen drei Monaten eher positiv gewesen. Zwischenzeitlich sahen wir hier eine kurze Abklingphase, die allerdings vor allem eben mit den News des Bitcoin-Spot-ETFs oder Trust stark zugenommen haben. So sind die Bestände der Bitcoin-Wale in Bezug auf den Bitcoin auf 4,65 Millionen gestiegen. Also sie haben schon einen recht großen Anteil, was natürlich bei steigenden Kursen auch zu einem stärkeren Abgabedruck führen könnte, wenn die Wale wie üblich auch mal Gewinne realisieren. Was wir allerdings momentan festhalten können, vor allem wenn wir uns einfach mal den Chart dazu anschauen, dass der Bitcoin echt nachhaltig über die Dominanz von 50% ausgebrochen ist. Wir sehen, dass wir es in den letzten Wochen immer wieder angetestet haben. Ich hatte auch immer wieder darüber berichtet. Nun scheint der Durchbruch allerdings relativ nachhaltig zu sein, unter anderem natürlich aufgrund der eben genannten Gründe, die Klage und natürlich der mögliche Spot-ETF. Tatsächlich können wir sogar festhalten, dass die eigentliche realisierte Dominanz von Bitcoin deutlich höher ist als nur 50% und zum aktuellen Zeitpunkt sogar deutlich über 60% liegt. In dieser Dominanz bzw. in dieser realisierten Dominanz werden Rundungsfehler ausgeschlossen, sowie beispielsweise auch Coins, die niemals bewegt wurden, weil sie beispielsweise noch gar nicht wirklich in den Umlauf gelangt sind. Das sehen wir beispielsweise auch bei den Token in Bezug auf FTT. Auf jeden Fall können wir festhalten, dass sich der Bitcoin eben gut durchgesetzt hat, während die Altcoins eher geschwächelt sind. Ethereum auf der anderen Seite konnte die Dominanz auch weiterhin relativ stark halten. Mit knapp 20% sehen wir aktuell, dass die Bitcoin- und Ethereum-Dominanz gemeinsam, zumindest nicht realisiert, sich auf rund 70% beläuft, realisiert eben sogar noch höher. Ein Blick auf den Stärkeindex beim Bitcoin zeigt uns, dass wir uns momentan quasi in einem normalen Zyklus befinden, auch wenn sich die Weltwirtschaft natürlich in einer Ausnahmesituation befindet. Momentan sind wir in dieser kurzfristigen Verschnaufpause, die, wie ihr hier seht, auch in der Vergangenheit immer angehalten hat und mit Sicherheit noch etwas dauern könnte. Wir sehen auch, dass normale Korrekturen in relative Stärkeindex sowie auch im Bitcoin vollkommen normal wären und wir dementsprechend uns in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht noch auf weiterhin anstrengende oder zumindest langweilige Marktphasen gefasst machen müssen. Hierbei könnte sich die Dynamik natürlich drastisch verändern, sollte der Spot ETF oder Trust von BlackRock genehmigt werden. Das könnte natürlich das gesamte Narrativ und die gesamten Marktbewegungen eher ins Positive beflügeln. Währenddessen sehen wir beispielsweise auch, dass die Miner zum aktuellen Zeitpunkt auch immer noch Gewinne realisieren. Sie schicken große Mengen an BTC, an die Exchanges, vor allem an Binance wurden in den letzten Wochen viele Bitcoin geschickt und möglicherweise abverkauft. Die Dynamik ist auch aktuell noch hoch, liegt unter anderem daran, da die Zinsen momentan sehr hoch sind. Es ist somit also teuer, neues Geld zu beschaffen oder einen Kredit aufzunehmen. Daher macht es möglicherweise Sinn, die eigenen Bitcoin zu verkaufen und dann das gewonnene Fiat-Geld zu nutzen, um damit möglicherweise die Hardware aufzubessern oder vielleicht auch Steuern zu bezahlen. Zur Thematik rund um BlackRock werden auch zum aktuellen Zeitpunkt die Gerüchte immer größer, dass vielleicht auch der Vermögensverwalter Fidelity hier mit einsteigen möchte. Fidelity hat bereits schon seit Jahren ein großes Bitcoin- und Kryptoengagement, vor allem allerdings mit Fokus auf den Bitcoin, die sie selber, ich meine, seit 2013 oder 2014 in ihrem Portfolio führen. Erst letztes Jahr haben sie dann geplant, beziehungsweise hier den Bitcoin mit in ihren 401k-Rentenfonds mit aufgenommen, sodass Unternehmen eben auch den Bitcoin mit besparen können. Fidelity planten möglicherweise ebenfalls auch einen Bitcoin-Spot-ETF an den Start zu bringen, zumindest betonen das viele Quellen hier auf Twitter. Allerdings gibt es bis jetzt noch keine nachweislichen 100%igen Quellen. Dennoch bestehen die Gerüchte, sodass Fidelity möglicherweise auch ein Engagement mit Grayscale eingehen wird, um möglicherweise den GBTC zu übernehmen. Hierbei allerdings alles nur Gerüchte, nichts bestätigt, könnte allerdings natürlich die Dynamik auf dem Markt nochmal deutlich ins Positive verschärfen. Eine positive Verschärfung sehen wir tatsächlich auch ausnahmetechnisch mal in Deutschland. Wobei, man muss ganz ehrlich sagen, in Deutschland ist der Kryptomarkt schon ganz gut reguliert. Hierbei möchte nun auch die Deutsche Bank mitspielen. So hat sie bei der BaFin eine eigene digitale Verwahrlizenz beantragt. Dementsprechend dürften sie nach dem Erhalt der Lizenz hier tatsächlich auch eigene Bitcoin- oder Kryptowährungen für die Kunden verwahren. Nachdem die Deutsche Bank sowie auch die Sparkasse in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder gegen den Cryptospace geschossen haben, die dann gesagt haben, sie akzeptieren ihn, dann wieder dagegen geschossen haben, sehen wir ganz klar, in welche Richtung es geht. Und Freunde, ist es nicht ein Zufall? Auf der einen Seite kommen die großen Klagen gegen die Börsen und Exchanges. Das Ganze hält den Kryptomarkt klein. Und dann kommen auf einmal die großen Banken, Finanzinstitute und Vermögensverwalter, die auf einmal ihr Engagement präsentieren. Auf jeden Fall können wir feststellen, dass das natürlich ein positiver Adaptionsschritt wäre, vor allem natürlich auch für institutionelle deutsche Kunden. Ob man jetzt seine Bitcoin als Privatkonsument, so wie wir, jetzt lieber bei der Deutschen Bank liegen lässt oder lieber selber verwahrt, ist natürlich am Ende des Tages jedem selber überlassen. Ich denke mal, wir haben alle dieselbe Ansicht. Doch gerade für institutionelle oder vielleicht auch für ältere Personen, die keinen Bock haben, sich hier eine Hardware-Wallet aufzusetzen, könnte das natürlich der richtige Weg sein. Vor allem, wenn es eben richtig gemacht wird und diese Bitcoin auch nachweislich gehalten werden. Das Gute ist natürlich, wenn wir beispielsweise irgendwelche Gold-ETFs oder so haben, dann kann man als Autonormalverbraucher nicht wirklich nachverfolgen, wie viele jetzt hier wirklich in den Reserven liegen. Wenn wir uns allerdings natürlich auf der Blockchain befinden, können wir ganz genau nachschauen, über wie viele Bitcoin beispielsweise die Deutsche Bank verfügt. Das ist das Coole an der Blockchain, dass wir eben vernünftig nachvollziehen können, wer über wie viele Bitcoin verfügt. An dieser Stelle sprechen wir noch einmal ganz kurz über Binance und die im Intro angesprochene Bruchbude. Binance zieht sich ja aus England zurück, beziehungsweise ziehen sie hier die beantragte Lizenz zurück, die sie erst vor einigen Monaten in Auftrag gegeben haben. Das kündigte Binance bereits auch schon am 30. Mai an. So ist der regulatorische Druck schlussendlich für das Unternehmen zu groß geworden. Bereits ab Mai des aktuellen Jahres sehen wir, dass das Handelsvolumen in Verbindung mit der englischen Währung hier stark rückläufig war. Das Volumen, was zuvor echt stark war, ist eben seitdem zusammengebrochen, da eben die Zugangstore zu den verschiedenen Banken immer kleiner werden. Warum Bruchbude? Ganz einfach, aus den neuesten Dokumenten geht eben auch hervor, wo Binance den Sitz in England hat und das ist das Haus, was hier zugehörig ist. Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Gebt mir auf jeden Fall Wirecard-Vibes. Falls ihr Wirecard bzw. den Fall rund um Wirecard nicht kennt, sucht mal die Doku auf Netflix, ist echt interessant und dann wisst ihr auch, wo ich ein paar tausend Euro verloren habe. Ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass ein Unternehmen wie Binance nicht irgendwo ansässig sein muss. Auch viele Krypto-Unternehmen wie beispielsweise Quant, Q&T oder ähnliches haben irgendwo ihre Standorte bzw. haben sie irgendwo irgendwelche Bruchbuden oder irgendwelche Briefkastenfirmen angemietet, nur um eben dort einen festen Sitz zu haben. Dennoch für die weltweit mit Abstand größte Kryptobörse hätte ich mir ein etwas größeres Investment als Hauptstandort in UK vorgestellt, als so eine Bruchbude, die man wahrscheinlich für 60.000 Dollar bekommt. Übrigens, wo wir gerade bei Bruchbuden sind, Binance-Chef CZ hatte ja bereits schon vor Monaten einige Milliarden US-Dollar von den Hauptbörsen von Binance an ein von ihnen privates Unternehmen als Market Maker überwiesen. So sieht übrigens das Firmengelände aus von dem Unternehmen, welches auf den Seychellen ansässig ist, wohin er die Gelder transferiert hatte. Wie gesagt, kein Pfad, nur die Fakten quellen dazu in der Videobeschreibung. Wir bleiben auch nochmal eben ganz kurz bei UK bzw. beim britischen Parlament. Das hat nämlich nun beschlossen, einen Gesetzesentwurf für Krypto herauszubringen. Weitere Informationen gibt es noch nicht. Damit möchte ich nur einmal hervorheben, die Parlamente bzw. Regierungen wollen den Kryptospace nicht verbieten, nur vernünftig, wenn nicht vielleicht teilweise zu stark regulieren. Allerdings, ja, wir sehen, in welche Richtung es geht. Es sind keine stumpfen Verbote, sondern eben Regulierungen und Gesetze, die auf uns warten. Zu guter Letzt wollen wir uns nicht nur über den Bitcoin unterhalten, sondern auch nochmal kurz auf Ethereum zu sprechen kommen. Denn hier gibt es eine vorgeschlagene Änderung des Protokolls, die in der Crypto-Community teilweise für extremes Stirnrunzeln sorgt. Und das war auch bei mir so der Fall bzw. bin ich auch immer noch sehr, sehr zwiegespalten. So möchte man die maximale Menge an abgesteckten Ether als Validator um die 64-fache Menge von 32 auf 2048 ETH erhöhen. Was bedeutet es, wenn du auf der Ethereum-Mainchain einen Validator selber stellen möchtest, also hier quasi Staking betreiben möchtest, dann brauchst du 32 ETH. Aufgrund dessen gibt es ja beispielsweise Protokolle wie Lidu, die eben von vielen kleineren Kunden, die eben keine 32 ETH haben, hier die ETH einsammeln, die gemeinsam gebündelt quasi in den Contract geben, damit ein Stake eröffnen und euch dann die Rewards anteilig auszahlen. Soweit, so gut. Dabei kann ein Validator eben momentan nur aus 32 Ether bestehen. Nun möchte man eben die Menge in einem Validator auf rund 2048 ETH erhöhen. Das sorgt am Ende des Tages dafür, dass wir weniger Validatoren haben, die auf der anderen Seite allerdings, zumindest laut Angaben der Kernentwickler, etwas effizienter arbeiten. Wenn so ein Validator natürlich nicht mehr aus 32, sondern aus 2048 ETH besteht, dann hat man zum einen natürlich eine geringere Dezentralisierung. Auf der anderen Seite braucht man eben auch weniger Validatoren, was ja dann auch irgendwie logisch ist. Das würde Protokollen bzw. dem ETH Staking zumindest insofern in die Karten spielen, als dass es dann eben nicht mehr solche großen Warteschlangen gibt. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es nämlich rund 700.000 Validatoren und rund 90.000 befinden sich in der Warteschlange. Sie befinden sich in der Warteschlange dafür, um aktiviert zu werden und die, die zuletzt eingezahlt haben, müssen rund 44 Tage auf die Aktivierung warten. Wenn natürlich die einzelnen Validatorenpunkte hier größer wären, dann hätten wir weniger Anträge, weil jeweils die Anträge größer wären und damit könnte das Ganze eben schneller vonstatten gehen. In der Crypto-Community stößt das natürlich hart auf, weil das selbstverständlich die Dezentralisierung stark einschränken würde. Auf der anderen Seite muss man auch mal ganz klar sagen, wenn hier ein großer Anteil des Ethereum-Stakings sowieso über Lido läuft, dann ist Lido sowieso der zentralisierte Punkt. Ebenfalls können wir auch festhalten, dass ein Großteil des Stakings über die Amazon-Webserver läuft und ebenfalls wieder einen sehr zentralisierten Punkt darstellen. Schlussendlich könnte es sein, dass der Crypto-Space immer näher in die Richtung geht, zu akzeptieren, dass es bei Crypto-Assets kaum bis gar keine Dezentralisierung gibt. Wie gesagt, da scheiden sich momentan noch die Geister. Ich möchte mich dazu nicht einmischen. Schreibt mir allerdings gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten möchte ich das heutige Video auch schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Sollte dem so sein, lasst super gerne Bewertungen und Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin. Ciao, Freunde.